Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play! Ticket Lightster mit dem David Flusser-Mann-Druck! Ich krieg keine Luft mehr! Guck mal, hier ist ein Schweinchen! Und ich hab nen Safari-Net-Launcher! Wobei ich brauche mehr Gas, hier muss man Gas herstellen! Ich will Gas herstellen! Ich will Gas herstellen! Ich geh auf Gas herjagt. Ich geh auf Gas herjagt! Ich geh da noch bei Schrijden? still Ok Ok 7 Ebenstärkchen und Meta benötige nicht also wir haben keinen einzigen Steck mehr hier zu Hause was die wurden so viele Schole haben wir keine einzige Schole doch 13 äh und kann eigentlich den entstanden die Safari mit Launcher das ist ja drauf haben so kann man entstanden was ich bin glücklich was kann man denn drauf entstanden keine Ahnung ich weiß es ja nicht so muss ich jetzt ach ich will mir das hier ok hm ich könnte auch in Lennarts Butz ein paar äh Schweinchen stellen das bringt ja nichts der kommt doch eh nicht mehr oh na jetzt hab ich den Gast ohne meinen JA Gastrennummer 1 ah oh was wie geil war das denn ich hab nicht hingeguckt hab einfach nur mit dem Safari-Net geschossen und hab einen Gast eingefangen ich wollte ihn sowieso töten aber trotzdem geil ich war einfach geschossen wenn er nach unten geflogen hat ihn getroffen ey Skilla ja ich brauche Garst Tränen kommt meine Garst weint uch ihr seid da solche Pussys die können nur schießen ey ah ich hör wieder einen wie voll ist mein Jetpack Alter was der oh guck so da komm ich grad zu kurz schon guckt da 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 was soll denn das 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 ist doch nicht lustig das ist wirklich nicht lustig David wirst du gleich sehen ich springe hier nicht in die luft ich habe nur was vor wieso gehst du an mein system weil ich gerade wieder safari netz kraften wollte darf ich kraften oder brauchst du das kraften gerade ich brauche das nicht safari netz so und noch eins warte kurz bitte ich habe jetzt etwas vor und die nennen kann man töten als er mal abschließen will das man nicht geträgt dann kann ich diese ender perle benutzen und hochschießen die jungen er hat noch verfehlt nur noch trotzdem und mehr und nötig über jener kann in der karte um 8 Prozent safari netz um mit dem t Okay. Mindestens ein Stack brauche ich. Übrigens, David, sie ist ja in Minecraft, aber auch Nitrado, ne? Ja. Und ich kann da theoretisch auch alle anderen Mod-Tags drauf machen, die sie hier haben. Ja. Und? Lass kurz den einfach, der sich reinlaufen. Hm? Lennart ist ja raus jetzt fast schon sozusagen aus dem Projekt, ne? Ja. Und jetzt überleg mal, warum? Und jetzt überleg mal, was ich eben gesagt hab. Kannst du doch mal sagen, was du? Ich hab das nicht richtig verstanden. Okay, warte. Ich schreib's dir kurz auf Skype, warte. Hm, warte. Ja, ist schon okay. Hast du verstanden? Du, warte, das schreibt grad erst bei mir. So, warte. Ich hab auch nicht fertig geschrieben, warte. So. Hm, 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 hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Warte, hm, hm. Ich muss mich laut sagen. Hm, hm. Siehst du ja, was ich geschrieben hab? Ja. Guck, wo hat das ein bisschen Handy hier? Wo? Bam! Ich hab nen Enderman in den Safari-Netz. Bam! Geil. Spinne jetzt auch. Nein, jetzt hab ich grad den Enderman wieder gespawnt. Scheiße. Ich hol dir ein. Ja, wie kann ich denn jetzt... Fuck. Ich jetzt ne andere Gun auswähle. Geil dann vielleicht. Ah, und ich hab auch eine Spinde. Ich hab eine Spinde und einen Enderman. Ah, ich tu einfach die gesammelten Dinger da rein. Und dann, aha. Dann nimmt der Safari-Launcher die nicht mehr. Einen Skelett will ich aber auch haben. Ui. Und ich hab ein Skelett. So. Du musst hier so viel Wasser runterkommen. Das muss ich zubauen. Ich blocke, ja, hab ich. So. Das Wasser muss weg. Das Wasser muss weg. Und noch ein Creep-One. Ja. Oh, Leonard. Alter, war das klappen. Nein, Zombie will ich auch haben. Aber jetzt muss ich erstmal Leonard Schäden beheben. Das Wasser war zwar nicht er, aber trotzdem muss ich den beheben. Gibt's den noch? Oh, ich will unbedingt einen Tintenfisch haben. Ach, einen Tintenfisch? Einen Tintenfisch? Ja, ich will mehrere Tintenfische. Tintenfische. Ich will mehrere Tintenfische. Ja, Tintenfische. Tintenfisch. Ich bin auf dem Land. Ich bin nämlich zu böse. Oh, böse, böse, böse. Nein. Nein. Nein, jetzt hab ich grad mein letzter Safari-Net verschossen. Ah, komm, ihr Safari. Bin grad dabei, die Wasserquellen etwas zu dezimieren. Wo? Oder wie weh? Ja, wie? Dezimieren. Ja, dezimieren hat sich wieder so strebend. um Prozent hier bei am Haus beim Kruppelhaus das was er nicht abgebrannt hat was dann gut weil ich da unten was vorhabe und da unten habe ich etwas da unten vor um er trete die ja die durch jetzt es kommt die Rechte auf die Teile zu kritisieren bisschen komisch an ja ich schieße jetzt auf ich weiß was einfach weil ich könnte brauche ich das mit netherrack zu einfach weil du es könne ja weil ich es könne scheiße ich bin so die beiden kann ich jetzt einfach schießen ich beide brauche ich nicht mehr mit safari netz will ich haben nein du hast alles safari netz aufgesammelt nein der Zombie jetzt brauche ich noch mehr Tintenfische und wobei die ich mit dem Tisch neul ich kann ohne Romer safari netz ergelegt noch besser beobachten Stuttgart wenn ich noch Kanzler hier nicht damit bombardieren was hat die Welt ja ich hab's geschafft das Wasser geht weg so ist ja ich habe eine aus der Tätigkeit Fischen. Aus die Tinten fischen. Ja, fünf Stück. Aus die Tinten fischen. Schau mal, schau mal vor, die Tinten fischen sind wirklich so kleinen Tinten. Ah, schau mal vor, dann schwimmt der da vor dir rum mit so kleinen Tinten davor. Ich überleg die ganze Zeit was. Hm, weil ich ihm was geschrieben hab. Ich überleg die ganze Zeit was. Aber David, kommst du nicht mehr rein. Tinten fischen. Ah, scheiße, ich komm hier wirklich nicht mehr rein. Nein, die Arme Tinten fischen. Ich hab den vorher getötet. Nein. Ich will den auch töten. Nein, lass ihn da. Ich glaub, er stirbt gerade nicht. Geil. Der stirbt wirklich nicht, lol. Jetzt stirbt er, jetzt stirbt er. Nein, Tinten fischen. Alter, wie hässlich die aussehen. Aber ich hätte ihn wieder einfangen können. Hätte. Hätte, hätte Fahrradkette, ja. Und das Wasser. Ja, guck mal, Julian, das Wasser geht weg. Boah, er bleibt da, der Tinten fisch bleibt da. Ja, unser Haustintenfisch. Ich baue den jetzt ein Gefäß. Warte. Gefäß? Ja, ein Gefäß. Boah, ich mache mal ein Haust-Aquarium. Mach das. Boah, ich bin grad dabei, ein Nether-Rack-Boden zu machen. Das hat aber was damit zu tun, was ich vorhabe. Das Wasser muss auch weg. Scheiße. Alles Wasser hier, muss in der Nähe weg. Alles, wirklich, alles. Oh, Alter, ich mache eine Löffelstür. Was denn? Die haben ein ganzes Haus mit Zeug voll gebaut. Das war ich aber okay. Äh. Hä, du hast ja vorhin gesagt, du war es nicht. Ja, ich weiß. Das sagt jeder zuerst. Okay. Also, ich war das so auf jeden Fall mit den Lianen war ich nicht. Ich war das mit den Blättern. So. Haben wir die manche auch. Oh, Scheiße. Guck mal Julian, ich bin grad dabei, den Boden aufzuräumen. Ne, ich muss grad die ganzen Lianen und sowas wegmachen. Nein, da hab ich grad das Holz abgebaut. Ja, Lianen kann man so schnell abbauen? Ja, kann man. Ich dachte, das geht nur mit einer Schere. Das heißt, ich muss ja alle Lianen, die wir hier haben, abbauen. Alter. So. Das ist voll nervig, was ich hier machen muss. Aber nur damit es schöner aussieht. Ja, mein Haus soll auch schöner aussehen, deswegen mach ich die Lianen weg. Set. Jetpack on. Ich liebe dieses Jetpack. Ah, Allianse entfernt. Wo mach ich jetzt mein Aquarium hin? Ich glaub ich mach nen kleinen extra Raum für das Aquarium. Oder? Ne. Aquarium. Ah, ich mach mein Aquarium beim Essdingens. Beim Essraum. Oder du machst so ein, ein Aquarium, von dem du alles von unten siehst und machst das da, wo vorher die Bücher oben sind. Äh, schon eine Idee. Der Schreck, der Schraube der Schraube damit macht. Die in der Schraube ist, wenn du nicht siehst, das ist eine große Herausforderung, bei der Schraube der Schraube der Schraube. Da haben wir nach dem Beispiel die Kraft den Schraube des Schraube des Schraube. Ich habe den Schraube des Schraube. Also, ich werde nicht alle die Schraube geben. t so er hat ein Glas Blöcke sondern nur Glas Scheiben, deswegen sieht das ein bisschen scheiße aus, aber... Ah nein! Ich hätte doch auch einfach Glas-Panels sehen können, das sieht doch viel besser aus! Top-top-dum! Nein, ich frage! Du weißt, dass du da kein Wasser dran setzen und kannst dein Glas-Panels, sie müssen außerhalb vom Block sein! Hey, ja klar! Außerhalb vom Block! Natürlich! Wollte nur sagen! Ja, ich hab noch ne Randziege dabei! Oh, ich hab einfach zu wenig Blöcke! So... 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 genau... So... Goblauer Fey... Es gibt einen roten Fey, das bist du! Nee, und der blaue Fey ist irgendein Wegbuch, den ich germgesetzt habe... möglich weil ich noch heute angefangen haben als ich das erst mal hier mitgemacht ob ja und so ist die kleine Fahrer vor das ist er soll das Dingens Prozent drei Blöcke hoch sein geht das Glas oder nur zwei das Glas wie meinst du ja vom 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 Aquarium Aquarium äh ich würd sagen drei drei Meter hohes Aquarium ja und du machst ein vier und das sieht dann besser aus ich mach nur zwei Hochwasser und sonst protzen Prozent und gehen wo sind hier denn noch Quellen okay ich bin grad wirklich dabei alles was er was hier in der Nähe ist wegzumachen alle Seen werden nichts zugemacht was denn siehst du dann ich will die Umwelt verschönern mit netherrack äh irgendwie sieht für mich netherrack aus wie bacon so totes bacon die Hölle besteht für mich aus bacon auf jeden Fall die Entsache sind wirklich für mich so aus ohne Texture Pack sieht das für mich aus wie bacon was man bacon ich finde es heute so ein Schlaraffenland Texture Pack geben Schlarwache Schlaraffenland Texture Pack als ja dann sieht alles aus wenn es sieht alles nach Süßkorn aus äh TNT ist und zum Beispiel dann diese Zuckerstangen schießt 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 aber das sieht ja witzig aus gibt es bestimmt wenn ihr es kennt dann schreibt es in die Kommentare dann weiß ich wenigstens an wo ich mir das ey schießt 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 zum Prozent ich bin im Schaus Spacken und als er der erste gute Scheiß ich kann nichts mehr ich kann nichts ich weiß nicht was ich machen soll weil ich nichts kann was schreien wir noch mal Donnerstag gar nichts warum Kanton aus der Karriere Tja ich habe das Problem nicht ich schon du bist aber auch ein bisschen kleiner als ich ne du hast es auch ein bisschen einfacher ich weiß das Aquarium sieht gar nicht schlecht aus wirklich nicht mhm finde ich auch bist du überhaupt nicht da ich weiß wirklich die Alte sieht voll gut aus aus dass der eine mit seinen Beinen daraus ragt du musst es größer machen nee ist ein Auto jeder Tentenwischer hat zwei nee hat hier drei Meter Platz soll ich wieder mit unnützem Wissen auffahren? wenn du mich stößt kannst du das gerne machen wo ist mein Handy total es ist jetzt niemand warten wollen wir hier noch ein paar nee aufnehmen okay was kann man hier denn für ne Decke nehmen? auch nur ne weisse Decke? ja ne helle Decke ne ganz helle Decke hallo und je nach noch einen Part aufnehmen und dann ne was ich geschrieben hab guck ja können wir machen äh soll ich jetzt mit dem unnützen Wissen auffahren öhm öhm okay Polypen haben nur eine Körperöffnung die Mund und After zugleich ist Polypen sind sowas wie Oktopusse ohhh schau mal vor dann isst du und kackst zugleich aaaah wer macht denn sowas äh ach das muss man sich mal vorstellen lol ich hab grad eben so ne Saugnapfwaffe gefunden wenn ich ja mit schieße bleibt die wirklich hängen also so ein Saugnapf also Schluss so weiter äh ja das ist klar wenn sich wenn sich ein Frosch übergibt kommt sein ganzer Magen mit heraus sobald der Magen leer ist muss der Frosch ihn wieder hinunterschluckt aaaah Ba schau mal vor du kotzt du kotzt seinen Magen aus bleeeah und dann rau muss ihn wieder runterschlucken aaaah oooh nöchtlecker hab noch was die argentinische Ruderente kommt auf eine Penislänge von bis zu 42,5 cm die Ente selbst ist nur 40 cm groß Was? 2,5 Zentimeter größer der Penis als man selber ist. Was ist denn das für ein Viech? Was zum Teufel? Das ist nichts gegen mich. Eindeutig. Nichts gegen mich. Auf jeden Fall, David. Boah, stell's mir doch vor, ey. Alter, 40 Zentimeter ist so groß und dann so ein 42,5 Zentimeter groß. So, weiter geht's. Paart sich eine Pferdestute mit einem Eselhengst, entsteht ein Maultier. Pferdehengst und Eselstute produzieren Maulesel. Aha. Ein Opossum hat 13 Nippel. Was ist denn das für eine Info, Alter? Hey, das ist so nützliches Wissen. Alter Julian, komm mal her, dann siehst du, wie gerade die Fläche ist. Ja, wo bist du denn? Unterm Haus. Nein, was machst du? Da kommt noch was anderes hin. Was? Warum machst du das ganze Wasser weg? Du musst nur die Tür woanders hin setzen. Warum machst du Wasser weg? Weil da noch was anderes hin kommt. Das ist aber voll schön aus immer. Kannst du bitte die Tür woanders hin setzen? Die ist sonst in einer gefährlichen... Nee, was willst du denn mal machen? Sie weg gleich. Was willst du denn machen? Geh einfach wieder. Nein, ach Mann. Krokodile fressen Steine, um tiefer tauchen zu können. Eigentlich voll der geile Trick. Die chinesische Rotbauchunke hat herzförmige Pupillen. Heringe kommunizieren durch Furzen. Boah, alter, geil. Was hast du gesagt? Hallo. Elefanten lassen bis zu 30 Kilogramm Kot auf einmal ab. Eines der hässlichsten Tiere der Welt, der afrikanische Nacktmull kennt keine Schmerzen. Forscher bespritzen seine Haut mit saurer und anderen Schmerzauslegensubstanzen. Der Mull reagierte jedoch in keiner Form auf verschiedene Reize. Um sein Revier zu markieren, macht ein Panda-Bär einen Handstand und uriniert so hoch er kann auf einen Baum. Wusste ich aber leider schon. Wusste ich leider schon. Der blinde Olm, ein Salamander mit durchsichtiger Haut, kann 10 Jahre ohne Futter überleben. Julian kann es nicht. Das stimmt doch. Das ist auch so. Der kann doch nicht mal 10 Sekunden ohne Futter überleben. Wer ich? Ja, du. Ja, genau. Wenn ich mir angehört habe, was Lennart und so immer essen, alter. Guck mal, ich hatte irgendwie 14 Stunden lang zu gestern, hatte keinen Hunger. Und Tim hatte eine Stunde zu gestern und hatte schon richtigen Hunger. Alter, dieses Scheiß-Skelett, ey. Was, warum ist nur ein Tütt für Starr? Nein! Die sterben, die! Endlich, die Tür ist in Lebensgefahr. Ja, in Lebensgefahr ist halt nicht so schlimm. In Lebensgefahr, die Tür, dann ist sie weg. Ich habe gesagt in Lebensgefahr. Achso. Ach, jetzt rechts die Treppe. Ich habe hier noch Stufen dabei. Alter, du Scheiß-Skelett, ey. Geh weg. Oh, das wird lustig. Gut, leider, Bon. Auf jeden Fall wird das lustig aussehen. Nein. Doch. Ne, finde ich nicht. Du weißt doch gar nicht, wie es aussieht bisher. Ja, ich habe auch gerade Nein und irgendwas anderem gesagt. Aber egal. In Dibble, Oklahoma ist es Ziegen innerhalb der Stadtgrenzen verboten, sich zu fahren. Boah, das ist nur richtig so. Die scheiß Ziegen, ey. Hier, Beuteltier-Männchen haben einen Penis mit zwei Spitzen. Beuteltier-Weibchen eine Vagina mit zwei Öffnungen. Hast du das nicht gestern schon mal gesagt? Ja, das habe ich aber aus dem Kopf gesagt. Und hier steht das dann. Ach so. In Berlin regnet es täglich. Zehn Tonnen Taubenexkremente. Oh, geil. Ah. Lecker. Krieg ich Hunger. Ich glaube, die Tür wird sterben. Das sagst du, was? Einmal hier rum. Mein Haus ist so eine reinste Baustelle, ey. Also wenn man irgendwo ist, in den Wänden oder so, sieht man einfach mal, wie scheiße. Also das sieht, wenn man in einem Raum ist, sieht man nicht, dass dann die Wände offen sind. Bereit? Ja. Du, wir stellen uns jetzt beide hier, wo ich bin, hin, okay? Nee, ich brauche gerade. Nein, wir stellen uns jetzt beide hier hin. Nee, ich brauche gerade. Von hier aus sieht man perfekt. Ich bin gerade bauen. Ich brauche gerade. Ich brauche gerade. Ich brauche gerade. Ich brauche gerade. Ich bin eh nur nicht fertig, also. Nein. Bitte. Bitte, 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 jetzt bin ich fertig. Ich brauche gerade. Ich brauche gerade. Komm, Julian, nur kurz. Brauchst du nur... eine Minute, für eine Minute kommt. Nein, nur wird aber voll viel. Oh, bitte, Julian. Sei doch nicht so egoistisch. Was ist denn? Komm einfach zu mir. Du siehst von hier aus, was ich vorhabe. Von wo aus? Wo ich stehe. Ich weiß nicht, wo du stehst. Komm einfach zu den Kondiner. Komm einfach zum Haus, da müsstest du meinen Namen sehen können. Ich muss aber gerade der Hans-Ego-Baft. Bitte. Bist du auch im Haus? Nee. Oh, bitte. In welchem Haus meinst du? Ja, das ist graue. Also nicht in... Geh mal raus aus deinem Haus. Bitte. Du siehst doch von deinem Haus aus, ne? Du siehst doch von deinem Haus aus, wenn du draußen stehst. Ach, nö. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du? Ich sag doch, ich mach's schöner. Warum? Was machst du? Was solltet das? Was? Oh komm, sag die Items liegen hier alle. Gut, ich kann das neu craften, dass du es nicht hatte. Was sollte das denn? Ich find's sieht schöner aus. Nee. Das mit dem Wasserfeuer war doch voll schön. Sieht das viel geiler aus. Nein. Doch, hier sieht das explosionsartiger aus. Ja eben, und Explosionen sind scheiße. Ich kann doch Lava da unten hinsetzen. Nein. Wieso denn sieht zu dunkel aus? Alter, was soll das denn? Ich setze was da hin. Ha, 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 ha. Ja, wenn nicht. Boah. Oh, die Tür ist auch weg, ne? Boah. Jetzt müsstest du zufrieden sein. Oh, weißt du das? Nein. Du bist das. Ich brauche mich zu schießen. Nein, du hast ja alles kaputt gemacht. Ohne Grund. Du schießt gleich auf unser Haus, ne? Wieso? Wieso? Das hat denn einen Grund? Also ist das jetzt auch viel schöner. Was ist denn der Grund? Es sieht schöner aus. Es sieht eben nicht schöner aus. Doch. Es sieht richtig scheiße aus. Nein. Doch. Es sieht richtig scheiße aus. Das war's aber auch von der Folge. Jetzt wird der geleitet zusammen mit dem David. Wenn euch die Vorwahl haltet, der den Bus fällt und lasst, wenn ich ein Negativ sagt, warum? Und ich mach hier noch schnell die Handzecke. Tschüss. Oh. Oder sowas wieder. Die Handzecke habe ich jetzt jetzt wollen. Und wollte ich jetzt hier ein bisschen... Ich glaube, ich mache einen Seder aus. Ich weiß auch schon, mit welchen Items. Ich mache so einen großen Seder aus jetzt. Nein, meine Handzecke! Doch mache ich. Meine Handzecke. Ich mach da jetzt so was aus. So. Komm. Alter. Oh, pop. Nein. Komm. Welche Modus ist das? Ja. Ja. Das ist Blue-Eye. Ja, dann ist Blue-Eye. Ja, dann ist Blue-Eye. What? Äh... Oh, lass es doch nicht machen, weil ich geschrieben habe. Ich hab grad... Ich bin grad beim Hausbau. Na? Bin grad beim Hausbau. Also das ist nicht mal, weil du gerade geschrieben hast. Hä? Ja. Ja. Das geht doch nicht. Das ist noch nicht. Au! Mann. Äh, wo ist das? Äh, da. Nein. Nein. Hä? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich muss überlegen. Ich hab da nichts eingefallen. Wir haben ja auch nicht. Ich weiß ja nicht was. Wir können ja aber nachgucken. Dann musst du. Lass gleich mal einen kurzen Aufnahm Pause machen. Ja. Ich suche das katholisisch. Liedergetrick. So. Das ist schön kraft. Und dann hier. Mann, ich verbauche mich so oft. Vielleicht wenn ich mein Haus fertig hab. Okay. Brauche ich noch. Das brauche ich. Das brauche ich. Und. Das brauche ich. Ich hab das so lange geplant. Mach mal einen Breath. Okay. 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 Ich werd da jetzt einen großen See draus machen. Okay? Alter, wieso lag das so? Okay. So langs gut aussieht. Du, alter. Lag das bei dir grad auch. Ich kann mich grad nicht bewegen. Ich fliege grad in der Luft. Bei mir nicht. Doch, beim Abbau lag das gerade. Das sind grad die Abbau. Ich kann mich grad nicht bewegen. Ich kann mich hier noch nicht mal mehr umgucken. Ich hab jetzt Standbild. Bei mir lag das voll in Ted lag hier gerade. Oh. Oh, was ist da? Geil. Bei mir ist er noch nicht down. Bei mir steht Communication Error. Geh ich mal kurz in irgendeine Singleplayer-Welt. Ich hab sie jetzt eh gekickt, also. Ja, das war übrigens die Anfänge von meinem Haus. Das hier alles. Mehr als das hier hab ich übrigens nicht geplant. Ne? Oh. Kann durch Server. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Äh, das war nur ein Anhängsel von der letzten Folge. Wir machen jetzt hier mal kurz eine Aufnahepause. Und jetzt tschüss. Ja. Äh.